FOKUS HOME INTERACTIVE ASUMBO STUDIO Und die hier! Aha, ein Autosave Spiel! Und da sind wir schon am Startbildschirm Und ja, damit sage ich Seid gerüst, meine Zwerge, Genome Hobbits und Enkler zu einem neuen Let's Play Projekt Live auf Twitch und später an den Youtube-Parts in den üblichen geschnittenen Parts Wir spielen A Black Tail in Osherz Live auf Twitch Und ja, drücken eine Taste und starten in das Pest-Abenteuer Ja, das Das kann ja auch spannend werden Ich bin gespannt Auf geht's Passt die Helligkeit mit der A und D an So, dass der Baum kaum noch zu sehen ist Ja, das ist er eigentlich Ja, für den Stream mache ich das gerne ein bisschen heller Mit den Zuschauern vielleicht auch ein bisschen was sehen können Ja, ich glaube, so können wir es machen Nicht zu hell Nicht zu hell Start mal rein Und das Spiel Ich bin gespannt, was uns da erwartet Bis auf den Trailer habe ich noch mal relativ wenig gesehen Kapitel 1 Das ist das Erbe des Runes Das Erbe der D Runes Das Erbe der D Runes Aha, okay Mal schauen, was uns hier erwartet Königreich Frankreich Du trödelst, Amicia Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten Und sie Staub schlucken lassen Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang Warum hier? Der Baum Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater Ich möchte die Ritterprüfung noch mal absolvieren Den Ritterschlag? Hahaha Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia Oh, bitte Vater Ich habe mich gut darauf vorbereitet In Ordnung Dann mal los Und wir sind hier im finsteren Mittelalter Ähm Swapestück will Ritter werden Wir sind im Mittelalter Man wusste gar nicht, dass Frauen im Mittelalter irgendwelche Rechte hatten Frauenrechte sind eine moderne Erfindung In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich Eine sehr moderne Erfindung Erschreckend modern Los Leon, du wirst Beute finden Ich glaub an dich Mach dir keine allzu großen Hoffnung Lass uns weitergehen Können wir uns Sachen angucken Das Spiel ist ja jetzt schon sehr schön gestaltet Gestaltet Na gut, okay Wenn es eine Adelige ist Wenn es eine Adelige Frau ist Dann kann es gut sein Und die Klamotten sehen schon Ja Die Kleider sehen nicht nach einer Bauern aus Gut Habt recht Das Spiel hat recht Wenn sie doch nur mitkommen könnte Bei Frauen Von der Burg Von Vom Vom Hohen Adel Der Kranz Kann schon Kann schon sein Ja Er kennt schon mehr Richter Hey Ich versuche dir etwas zu sagen Welch große Autorität, Ritter Deron Na los Und bring zur Abwechslung mal etwas zurück Also Wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen Ich verwalte die Seländereien Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder Und du Ich bekomme dich kaum zu Gesicht Von Mutter ganz zu schweigen Hör mal Jetzt sind wir doch zusammen Folge mir Töchterchen Hey Warte Ich hoffe du hast die Schleuder dabei Natürlich Okay Eine Landschaft hier Wenn ich mich mal ein bisschen in der Landschaft umtaue Und gar nicht übel Nicht schlecht hier Wenn ich durchs Gebüsch gehe hier Ja Das müssen die meisten Texturen Amicia Derun kennt keine Angst Okay, jetzt habe ich mich im Gestrüpp verhangen Verhangen Jetzt habe ich mich verirrt Okay Ich glaube da kamen wir hier auch Ah ja, da vorne Ui 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 Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine Hol sie und gib mir Bescheid wenn du bereit bist Steine sammeln Bereit Ich beweise dir dass ich Äh nein Gut Komm zurück Stell dich hinter diesen Stamm Von dort wirst du schießen So soll es sein Wir werden verkacken Dann mal los Ist gar nicht so leicht Ah ok Eins So geht's Zwei Drei Vier Fünf Weiter so Amicia Sechs Sieben Ah Es wird nichts Neun Und Zehn Nicht schlecht Aber deine Schleuder macht einen Heidenlärm Nur zu wen die Steine wird genommen Von dir Oh ja Hatte ich fast vergessen Meine Güte Was hat er denn Du mal Steine mitnehmen Er hat wohl einen Hafen gerochen Hinterher schnell Lauf schon vor Ich komme nach Du bist viel schneller als ich Haha Sprinten können wir scheinbar noch nicht so wirklich Ducken Ja Ich habe doch diese Ich habe es selbst eingestellt Warte auf mich Hat ja sehr gut geklappt Bisher ist das Spiel Bisher ist das Spiel fantastisch Finde ich großartig Hier fällt Lieber Himmel Ein Wildschwein Braver Hund Ist ja Hat er was gefunden? Psst Sieh mal Ein Wildschwein Schöne Beute Das reicht für ein kleines Festessen Vielleicht nehme ich meine Schleuder Das könnte funktionieren Aber du musst näher ran Bleib unten und versteck dich im Gas Ducken Es trinkt Das ist meine Chance Es hat mich gesehen Du musst dich anschleichen Ziel auf seine Na los Ich schaffe das Na los Na komm Werden wir zur Jäger run Vorsicht Du musst auf den Kopf zielen Ich versuch's ja Ich will den Braten auch Ich weiß Du schaffst das meine Kleine Seinen Kopf Ich muss den Kopf treffen Ok An Kirschen Da bist du ja Du dich ins Gas Runter Oh scheiße Sonst nicht mit dem Anliegen Sonst nicht mit dem Anliegen Ha Der Braten ist dir doch noch nicht serviert Nein 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 Schnell Leon Nicht die Spur verlieren Heute Abend speisen wir wie Könige Das verspreche ich Daran zweifle ich natürlich nicht Nicht aufgeben Leon Ich komme Leon Wenn du es aufhältst bekommst du auch ein schönes Stück Das Wildschwein Das Wildschwein Es blutet Na hoch Er bellt nicht mehr Er muss es gefunden haben Die Hose war so gut wie neu Das wird Ärger geben Wenn du ein Wildnis rumlöst Die Bäume Wer war das? Leon Komm her! Das ist das Wildschwein Aber What the fuck? Leon war das bestimmt nicht Was hat das gerissen? Leon Komm her! Leon Ok das ist verdächtig Leon Ich bin hier! Wo ist Leon? Wo ist Leon? Oh nein! Leon Leon Wer war das? owan Leon Was ist das für eine Teufel? Wir müssen weg. Sofort! Ein Planktail. Innoßens. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Such Beatrice und Hugo's Zimmer. Wo fällt die englischen Truppen unterwegs? Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Lülle. Ich meine, seid gegrüßt. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Oh, Mademoiselle Amicia. Wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Eine Küche. Hallo, Bruder. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Aha. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Aha. Ist also unser Haus. Unser Anwesen. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr, möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an. Aha. Hier trägt man ein. Der Punkt über weiß. Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schieß die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal was geschieht. Aber... Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertraue mir, Amicia. Ja, Mutter. Ja, manche... Manche Effekte sind hier ein bisschen... Naja, auskauffähig. Halt diese Tränke. Mutter... Wirst du ihn jemals heilen können? Verschlossen. Mama, bist du da? Wie lange ist er schon hier? Guck mal hier. Vier Jahre? Fünf? Wo ist er? Hugo? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Du ziehst doch nicht den Fensterlauch öffnen. Nein, Senior Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? Wo ist euer Sohn? Oha. Durchsucht das Haus. Nein. Ist das Mama? Wahrscheinlich nicht. Ugo, komm her. was ist denn ich weiß dass du hier bist kleiner aber wir müssen verstecken ich bin's gabriel komm schnell her das ist gefährlich direkt neben dem hier nein gar nicht lang nein wir müssen uns irgendwo verstecken komm schon jetzt ich kann mal durch einen fensternamen durch jetzt sie lang ich hoffe wir werden hier nicht entdeckt ok scheint zu gehen ich muss mutter finden sie wird es wissen oh mein gott luis ist dir etwas spaß mich so durch die gegend zu schocken oh nein bitte wo wir es dran vorbeischleichen wir müssen weiter nicht hinsehen wir dienen einer höheren Macht gut ist die Tür nein geht nicht verdammt 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 ich kümmere mich hier nur um die Wäsche hör zu das ist deine letzte Chance schluss 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 ich schluss schluss ok wo kommen wir hier lang wo kommen wir hier lang ist aber作gesser Mir ist nicht raus hier. Oh nein. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Hm, die Mutter. Puh. Jetzt schnell weg. Das Haus ist voll von Rütteln. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Komm mit. Wir müssen durch die Gärten. Komm mit, Hugo. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja, ja. Lassen wir ihn doch nicht alleine. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras. Da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama. Hier, vorbei. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gartner kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Achtung, ein Pokémon. Blumen? Mehr hast du nicht zu beten. Hat geklappt. Sch, versteck das. Ich arbeite schon ewig. Ja, ja. Sie sind meine eigene Familie. Von mir erwart ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Ja, nacht ja. Oh, scheiße. Scheiße. Wir haben verkackt. Wir haben verschissen. Ende. Äh, ja. Wir müssen gedruckt laufen. Hat geklappt. Sch, versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Feigling. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. Ist kein Freude der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Wurzeln. Dahin. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Steuerung. Wir haben keine Steine. Wir haben keine Steine. Jetzt haben wir Steine. Gehen wir. Ja, 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 ja. Au, mein Kopf. Atmen, Eder. Wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nikolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hautmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Zumindest hat er den Vater. Und bald schnappt er sich auch den Sohn. Mutter. Warum? Was? Gehen wir? Ich sehe nach. Sei vorsichtig. Man weiß ja nie. Schleicht sich vorbei. Wir kommen nicht weiter. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Sehr gut. Mann. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Hier hinten hin. Ja, geh. Das war weit genug weg. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter. Da ist es noch in der Mauer. Ja, Ugo. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du da hindurch kriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Mach die Tür auf. Gut gemacht. Da ist jemand. In meiner Hand. Los. Wartet. Wer auf Gnade wenzelt, läuft auch nicht schnell. Ich bin gleich wieder da. Kein Mucks. Alles gut, Ugo. Ja. Oh shit. Flucht durch die Weinberge oder was auch immer. Oh nein. Er ist noch außen. Ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid. Au. Mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf, meine Stimme. Und du weißt, was zu tun. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. Oh shit. Untertitelung des ZDF, 2020